Ja, also wir sind jetzt im Hagen, wie man sieht. Sascha bekommt jetzt seine gerechte Strafe. Aber am besten erzählt er uns mal selber, warum er jetzt seine Strafe bekommt und wie die genau aussehen wird. Also, das erste Video, da haben wir gewettet, dass unser erstes Video noch nicht mal 200 Klicks schafft. Da haben wir gewettet, schafft es oder nicht. Tja, ich habe dagegen gewettet, dass es nicht schafft. Und naja, jetzt hat es über 300 Klicks. Und meine Strafe ist jetzt hier so eine große Runde, halbnackt in dieser Kälte zu laufen. Ja, ich ziehe mich gleich um und dann geht's los. Ja, um nochmal die Temperatur anzusprechen, es sind circa sieben Grad draußen. Saschas Hände, kannst du deine Hände zeigen? Sind die blau? Ja, die sind ganz schön blau. Ja, die sind schon leicht angefroren. Ja. Und ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. Let's go! Ja, wir haben schon ein Publikum hier. Richtig viele Zuschauer. Der Sascha war sich gerade fertig für seine Challenge. Sascha, bist du denn schon aufgeregt? Äh, aufgeregt? Ja, kann man nicht sagen, aber ihm ist arsch kalt schon. Ihm ist auf jeden Fall arsch kalt schon. Da hinten laufen lauter Fußgänger, kann man glaube ich nicht sehen in der Aufnahme. Da kommen hier auf jeden Fall zwei Fahrradfahrer und da läuft jemand mit dem Hund. Gleich laufe ich mit meinen... Auf jeden Fall kommen hier ständig, laufen hier Fußgänger vorbei. Sascha, bei jedem Fußgänger scheißt das hier schon fast in die Hose. Jetzt ist Sascha halbnackt, wie ihr sehen könnt. Sascha, zeig doch mal deinen Körper für die Kamera. Hier sieht das aus wie Bauchspeck. Das passt du hier auf, ja? Ja, das passt hier auf. Ja, ich muss das hier gerade noch nehmen. Ja, aber du passt hier auf. Sascha, wenn du jetzt nicht gleich loswerst, dann denken die, du wirst hier irgendwelche Leute vergewaltigen. Warte, ich bin noch nicht fertig. Wo ist die Startlinie? Gib Gas. Alle Mann an die Startlinie. Sascha. Sascha, gibst du Startlinie? Moment, wir kommen nach. Startlinie. Hier ist die Startlinie. Moment. Was? Startlinie? Hier, Startlinie. So, da seht ihr die Startlinie. Die Runde geht gleich da. So rum. Sascha, wenn wir euch hier wieder ankommen. Ich würde sagen, machen wir los schnell. 3, 2, 1, go. Oh Gott. Der wird der klein. Oh mein Gott, das ist mir so peinlich. Ja, mir gar nicht. Wieso ist das peinlich? Das kann ich gar nicht verstehen, Mann. Ich bin nachher wieder der Perversing, der ursprünglich nach den Leuten im Hagen sind, ne? Ja, ja. Leute, guckt euch den Wascher an. Das ist mein hartes Training, nun. Ja, also trainieren auch, die Rorts zu viel, viel Klitschkürze. Das ist nicht peinlich. Ist dir irgendwie kalt oder so? Das sieht so komisch aus. Das sind ja bloß 6, 7 Grad, das ist doch nix. Wir haben erst die halbe Stunde geschafft. Ja, also lass mal ne Pause machen. Nein, nein. Wahrscheinlich kann ich mehr. Kamera wackelt voll. Ja, kann ich aber nix machen. Komm jetzt. Noch weiter. Komm jetzt. Ich wollte dich nochmal ganz auf der Kamera haben. Ja, jetzt laufen. Die sieht total kack aus, guck mal. Nackt, Boxer, Schuhe. Ja. Ja, eigentlich hatten wir noch geplant, dass Sascha beim Abi-Volleyball im Weihnachtsmannkostüm stript. Das war bestimmt ein paar hundert Leute. Das war uns dann doch ein bisschen zu krass. Zu krass für die erste Challenge. Ja. Machen wir so, andersrum. Besser. Besser, besser. Hier. So. Wir haben gleich die Runde geschafft. Ja. Zum Glück nur einen Fußgänger gehabt. Sascha freut sich schon richtig. Jetzt kommen meine Leute so nach hinten. Wie ihr ja wisst, ist unser Publikum zahlreich erschienen. Ja. Wir haben jetzt einen Fan. 19 Abonnenten haben wir. Wow. Und einen Fan. Ja, und ein Fan. Einen richtigen Ultra. Und da steht er. Und ich glaube... Publikum steht auf der Zielgeraden. Alle feuern uns an. Halt, halt, halt. Denn jetzt geht's los. Sascha läuft die letzten 10 Meter. 20, 30. Dann, 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 dann. Unser Publikum fehlt mit. Und da haben wir es. Ich hab nochmal gefilmt. Okay. Sascha, wie fühlst du dich nach diesem Ritt? Durch die Kälte? Guck mal, Sascha. Ich bin im Backhandsvergruck. Ich hab da... Ja, ist... Ja, verpisst dich hier. Ich film hier, ja. Ich ziehe jetzt. Oh, Sand in der Hose. Ja. Ab da hab ich gefilmt. Also wenn ihr schon mal immer Sascha in der Box sehen wolltet. Hier habt ihr die Gelegenheit dazu. Ja, habt ihr es jetzt geschafft. Nimm hier. Ab da hab ich mich vorbei bekommen. So speziell für die Mädels. Nur. Oder für die Schwulen unter euch. Hast nicht mal 5 Minuten gebraucht, Sascha? Ja. Neue Bestzeit im Nackt-um-Denhagen-Rennen. Ja, schafft man das. So, ihr könnt uns ja mal ein Video von euch posten, wenn ihr mehr schafft. Weniger, mein ich. Als Videoantwort könnt ihr das unter dem Video posten. Schreibt's unten in den Kommentaren, ob ihr noch mehr sowas sehen wollt. Ja, ansonsten. Ansonsten. Ja. Ja, mein Deutsch. Sehen wir uns nächste Woche. Am Sonntag. Ja. Alles klar. Haut rein, Leute. Tschö.